Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 dass ich jetzt hier mit der Folge so ewig auf mich habe warten lassen. Also auch, dass jetzt quasi nochmal Zeit vergehen musste, bevor ich hier... Also zwei Tage gab es jetzt keine Folge. Naja, anderthalb so in etwa. Das ist... Das ärgert mich wirklich. Hätte ich lieber anders gehabt. So. Also. Guck mal her, du Rohr. Ich hätte gern, dass du viermal und auch Partial Requests, bitte. So, mal gucken, ob er jetzt Seeds ansaugt. Das kann ja ein ganzes Stückchen dauern. Ja, sehr schön. Jetzt füllt er mir die schön auf hier. So soll das sein. Und die hier hinten natürlich auch noch. Dann haben wir nämlich hier keinen Stress mehr. So, komm her. So, du auch noch. Eins, zwei, drei, vier. Partial Requests on und klack. So, und äh... Mal gucken. Jetzt habe ich ja hier frei, ob er mir jetzt eventuell das in die Erdschächte reinhaut. Ich weiß es nicht. Oh, es wird dunkel. Oh, oh. Mach schneller. Na gut. Guck mal morgen. Ich möchte nicht von einem Creeper überrascht haben. Oh, diese Lichtbugs. Ja. Nervig. So, klack, klack. Und ab ins Bettchen. Hätte ich natürlich auch gerne noch eine Zuckerrohrfarm. Oder wir bauen uns mal einen Beschleuniger. Ich glaube, das machen wir mal. Mal so ein bisschen mit Forestry rumexperimentieren. Wir könnten ja auch Bienen sammeln gehen und so. Ich glaube, ich habe für die nächste Zeit noch genug vor. So, du funktionierst ja auch. Du brauchst ja auch noch eine Supplier-Pipe. Fällt mir gerade mal so auf. Aber das funktioniert so ja gar nicht. Das gefällt mir jetzt nicht. Mach mal so. Mach mal so, so, so. Und die Supplier-Pipe hier zwischen. Ich denke, ich kann ja doch alles über einen Weg ausspucken, oder? So. Und dann hier bitte 1, 2, 3, 4. Partial Equest an und ab geht er. Jetzt schubst er natürlich hier wieder durch die Gegend. Theoretisch. Was für eine Frequenz hat die? 20. Okay. Mach es ein bisschen schicker. So, so, so. 20. Klack. Fällig. Hm. Ja, die Kisten hier sind eigentlich jetzt auch unnötig. Das war ja alles noch auf das alte System abgegeben. Ah, ist egal. Aber anscheinend haben wir keine Seeds mehr. So wie das aussieht. Da werde ich jetzt gleich mal nachgucken. So schnell verbrauchten sich die. Ach ja. Jupp, alle weg. Ist ja ein bisschen witzig. Naja. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall die drei Farmen direkt mit angeknüpft. Hier schön immer mit den ganzen Solarzellen. Was eigentlich totaler Schwachsinn ist, wie gesagt. Weil mit den drei Zellen und mit den drei da vorne fehlen mir nur noch zwei und dann kann ich mir schon eine größere bauen. Ah, das ist ja blöd. Gut, aber er sorgt auf jeden Fall dafür, dass die Farmen ordentlich unterstützt werden. Ja. So, gucken wir hier nochmal. Ob er uns das in den Erddings mit reingepackt hat. Nö. Perfekt. Mensch, für den Anfang läuft es ja Tatsache richtig gut. Ich bin begeistert. Gut, und jetzt bauen wir ein bisschen was, um das ganze Ding etwas zu beschleunigen. Wir haben ja noch nicht genug davon. Wir wollen ja möglichst viel Weed haben. Da muss ich allerdings nachgucken. Wie hieß denn das Teil? Jetzt muss ich echt suchen. Mann, man, man, man merkt überhaupt nicht, dass ich seit Tagen nicht gespielt habe. Fast eine Woche nicht. Ich hoffe, ihr wart mir nicht allzu böse, dass ich das so gecutt habe. Ich hätte natürlich auch alle Episoden einzeln aufnehmen können, aber das wäre einfach viel zu viel Arbeit gewesen. Und dann wäre es auch irgendwie ein bisschen gezwungen rübergekommen. Das war ja auch nicht so ganz in der Sache. Das sollte ja schon schick sein. So. Hier haben wir einen Forrester. Ich hoffe, es ist das Richtige gewesen. Oder gab es dafür die Farben noch einen anderen? Da muss ich jetzt echt überlegen. Das ist ja eine sehr witzige Aktion. Aber mir war so, dass wir den brauchen. Ja, hier packen wir nämlich eine Farm in die Mitte. Genau. So. Der Rainmaker und der Tree Tap waren es auf jeden Fall nicht. Forrester Usage gibt es nicht. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall erstmal unsere hier Diamanten und Glas. Gleich wieder die Diamanten auspulvern hier. Wir haben sie ja eine Farm. War ja gar nicht so schwer zu fahren. Jetzt habe ich auch eine Weed-Fahr. Ich weiß es gar nicht. Ich muss mich definitiv mehr mit dem auseinandersetzen. So. Also ich brauche erstmal zwölf Bronze. Klapp, 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 klapp. Find ich schön. Ach, ich mag die Maschine. Ich weiß, das habe ich auch ziemlich oft. So, während die köchelt, wie sieht es denn mit unserem Kohleabbauvorkommen aus? Na ja. Noch nicht so wirklich prall. Hier gießt, ich weiß nicht, der Weizen rein. Ja. Vielleicht kann man wieder zuerst Oh, hier. Da lag man abfüllen. Fünf erst. Mann, man, 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 man. Ich hoffe, ich habe irgendwo genug Energie. Da habe ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet, werde ich hier. Du ackerst fleißig. Okay. Ja. Das scheint aber ganz gut zu funktionieren. So, der hier bleibt auch 1A. Hier sind noch Compressed Plants dran und irgendwie. Hm. Da kann auch irgendwo was rumliegen. Dann scheint ja nicht. Und Sticky Resin kommt nach ohnehin. Ein Lehrer-Recypler? Ich bin enttäuscht. Wie kommst du dich hinterher? Richtig. Und du bist voll. Perfekt. 1A, es läuft. Oh. Nur hier läuft es nicht mehr. Aber da müssen wir bei Zeiten mal in die Ölquelle gucken. Es kann nämlich durchaus sein, dass die langsam Richtung Ende läuft. Ich glaube, irgendwer hat auch geschrieben, ich soll mal zu der Ölquelle gehen. Ich glaube, das werde ich bei Zeiten auch nochmal machen. Vielleicht machen wir es heute noch. Wäre ja auch mal eine Maßnahme, ne? So. Klack, klack, klack. Und 4 Glas. Nein, das war falsch. Warum auch nicht? Farm. Ja, natürlich wieder genau anders. Und ich habe es schon wieder vergessen. Sehr schön. So. So. Und jetzt wieder fahren. Wir müssen jetzt irgendwie 4 Dias und Glas. Genau. Forrester. So. Jetzt muss ich doch glatt nochmal gucken, was so ein Forrester an Reichweite hat. Eine Sekunde. Mal schnell meine Tagit-App auspacken. Oh. Extra nur für Forestry. Ich komme heute so unvorbereit. Ich war auch gerade noch auf dem Server. Forrester. Forrester. Ja, das sieht doch super aus. In der 21 mal 2 mal 21 okay. Müssen wir mal gucken, ob wir das sinnvoll platzieren können, sodass vielleicht gleich 3 Farben davon bevorteiligt werden. Und da brauchen wir natürlich Katalyst. den werden wir uns jetzt mal noch besorgen. Wörtelizer, Knochen. Da gab es doch noch andere Möglichkeit, oder? Tja, wir werden wohl Wiener Wachs brauchen. Hm. Das wird jetzt echt noch viel. Oh. Wie machen wir denn First of the Asset? Sand und Appetakt. Das ist ja kein Problem. So. Auch so Spiele. Aber erst mal noch schnell machen wir uns mal einen Stick Sand raus. Und etwas Apathit. So. Oh. Ja, man sollte natürlich auch rechnen können. Das macht sich durchaus Gutsch. So. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich den Fertilizer kann. Ich glaube ich nur genau direkt zu Humus verarbeiten oder Himmel. So. Das heißt, es wird jetzt dunkel draußen und wir werden rausgehen. Weil ich glaube nämlich knochentechnisch stehen wir echt schlecht da. So. Dann entladen wir mal das unwichtige Zeug. Bedbox. Oh nee, ich packe jetzt erstmal einfach alles hier rein. Oh nee. Ein bisschen Ordnung muss ja denn doch schon sein. Okay. Das und das und dich auch. Oh, und die Maschinen und die Pipes sollte ich nicht zwingend mitnehmen, weil es könnte ein relativ teurer Verlust werden. Gerade hier schon wieder unsere vier Diamanten. Nee, das wäre nicht so schön. Du kannst hier rein, du kannst hier rein, die vollerweise auch. Fackel nehmen wir drauf. Nanosaver nehme ich mit. Haben wir hier irgendwo Zeug drin? Ja, komm, ist die Futter auch dabei. Das passt doch alles perfekt. hoch. Oh, sehr gut. So, okay, na dann, raus. Und, Creeper, wo bist du? Keiner da. Wir brauchen Skelette, wir brauchen nämlich Knochen, also suchen wir uns welche. Oh, nee, mit einem leeren Jetpack. Wäre das eher doof, wenn ich dann doch noch hauen muss. Äh, das machen wir mal schnell noch früh. Laddich aus. Spannung pur. Schalala. Ja, nö, ist schon, ist schon super. Auf jeden Fall. Ich weiß noch gar nicht, wann die Folge hochkommt. Ist jetzt, glaube ich, kurz vor zwölf. Dann wird die erst morgen kommen. Hm. Oh, oh. Also nicht mit der Folge, sondern, ach ja, wir haben ja jetzt noch den Quantum Suit Helm. So. Skelettis, wo seid ihr? Äh, nee, nee, nee. Wollt ihr nicht mit mir? Da ist ein Skelett. Da ist ein Skelett. Wo ist er? Ach, du Schande. Ihr wollt mich so verarschen. Ist ja ein Witz, oder? Ich weiß nicht, welcher der echt ist. Äh, klack, klack, klack. So, dich machen wir auch tot. Du brauchst, dich brauchen wir nämlich für Knöpfen. So. Wieder ausmachen und wieder auf eine sichere Position fliegen. Äh, äh, so. Da ist ein Skelett. So, super. Da. Schießt du mich hier mal nicht an? Das heißt, sichere Position eigentlich. Es ist auch eher irgendwie, dass es eine sichere Position ist. Hier oben kann ja durchaus was spawnen. Aber ich hätte schon so gern ein paar Knochen mehr hätte ich schon auch gern. das ist ja ein bisschen mehr Das ist ja, 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 das ist ja. eine spinne und du hast du gehört so dich und dich und dich ist das no creeper nicht mit mir was ich muss ja echt sagen der nano saver ist ja so ein bisschen op oder also damit haut man die ja dann doch ein bisschen schnell um ich habe angst dass hier so ein glowstone ding einfach wieder was hier an creepern und kreucht und fleucht ist einfach unglaublich fühlt man sich auch gar nicht verarscht so ein bisschen ich hätte lieber noch ein paar skelette als noch mehr creeper keine skelette überall nur creeper wer will den creeper und so dann kommt immer mal creeper schlacht hier tot 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 etwas erledigt hey auch einmal ein skelett oder sonst geht das ein snow creeper komm her und das skelett skelett und creeper und noch ein creeper oh gott und noch ein creeper ich glaube ich habe gerade ein bisschen untertreibung gott ich sehe schon ich mache hier noch irgendwas kaputt ich ahne es quasi aber so eine nacht draußen mal hier so schön mit einem nano saver am leuchten bis er denn alle ist und ich weine so und du und du weil euch möchte ich mit sicherheit nicht explodieren sehen dann darf ich hier nämlich aufräumen jetzt ungefähr so aus wie auf dem server kurzzeitig ja wie viel skelett knöchelchen haben wir denn jetzt eigentlich vier uhr ist ja bombastisch gott ich brauche eine monsterfalle ist da oben ein creeper wie man soll schon wieder denn auch so ein erdvieh geht ja gar nicht so da ist noch ein normaler creeper hmm ah spielt haben wir es mond da ja komm ein bisschen zeit ist noch ein bisschen zeit zum durch die gegend fliegen und irgendwas in die luft springen haben wir noch so äh zombie ich hätte lieber ein paar skelette gerne die mich die die mich sonst immer so nerven bitte die küper haben auch spaß die 21 schwarzpulver aber vier knochen ja unglaublich wer braucht denn schwarzpulver keiner keiner hm 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 ok hier drin dürfte ja nix sein pfff ach ist das wieder spannend heute ihr habt ja wieder direkt die erste folge ist ne total spannende super folge geworden yay äh mit richtig action und viel Technik und so. Oh, mein Vulkan. Ach ja. Na komm her. Bist du gestorben? So. Ich geh jetzt wieder rein und baue mir meinen Virtualizer so. Wie konnte man sich denn... Hallo? Hallo? Oh, halt. Diese Cans. Ach, Sinn. Okay. Ja, das ist ja... Das ist ja schnell und nicht Sinn. Tschak. So. Ja, jetzt ist da drüben ein Skelett, ist klar. Ist auch zu spät, habe ich keine Lust mehr. Und tschak, tschak. Reichen 48 aus? Mich gut schon. So, Knochen. Und, äh... Fertilizer. So. Dann nehmen wir noch die drei Knochen von da drüben. Äh... Mockdrops. Einen muss ich drumlassen, damit er weiß, was hier hingehört. Falls ich denn doch mal wieder welche haben sollte. So, tschak, tschak. Okay. 18 Stück ist ja jetzt nicht so die Welt. Nee, jetzt muss ich draußen auch noch saumäßig aufpassen. Cool. So. Ich habe fast keine Möglichkeit. Ich muss das fast in den vorderen Bereich erst mal stellen. Naja, machen wir das mal. Äh... Ich hätte gern... ...einen Boden-Kontaktiv-Pipe. Ich hätte lieber eine goldene Kontaktiv-Pipe. Brauche ich überhaupt einer? Na. Das passt so. Okay. So. Im Grunde braucht er ja nicht viel mehr. Okay. Ein bisschen Saber haben wir auch noch. Das sollte also auch nicht das Problem darstellen. Oh Gott. Ich würde meinen Scheiß ändern, wenn es da am Rumpf löchert. So. Ich würde sagen, ich stelle jetzt einfach mal hier irgendwas in der Nähe. Piper. Ja. Zumindest noch nicht. Kann ja alles noch werden. Bei meinem Glück. So. Wir stellen jetzt den hier einfach mal hin. Äh... Ne. Doof. Boah. Was gehen wir denn jetzt am liebsten hin? Dann... Da oben raus. So. Ja. Mal gucken, ob der auch das gesamte Getreide hier erntet fertig macht. Noch einbalken. Jetzt noch ein Erntetürf. Heeey. Heeey. Tschuck. Und der braucht ja jeweils eine Kapsel für. Meine... Geilte. Na ja, hauptsache wir haben ihn erst mal. Das ist ja das Wichtigste. Ich glaube, das wirkt sogar bis hier hinter, oder? Muss man als Tatsache mal gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn... Ne, es dürfte nur bis hier irgendwo wirken. Weil es ja nur 21x21... Ich hoffe, die Höhe haut jetzt hin. Bis das hier völlig für ein A rumsteht. Aber gut. Wir brauchen also definitiv mehr Virtualizer. Aber darüber kann man sich ja mal in einer schönen Folge in der Miene Gedanken machen. Nicht? So. So. Und diesmal werde ich etwas machen. Und ich will jetzt gleich erst mal noch gucken, ob es eine Reed Farm gibt. Das will ich gern noch wissen. Und dann kann ich euch ja schon mal sagen, ich werde diese Folge mal mit einer Ankündigung beenden. Mache ich ja eigentlich seltener. Aber in dem Fall, ich möchte auf jeden Fall hier mit anfangen, so ein paar Bienchen züchten. Einfach nur so. Dann hat man Wachs und dann können wir eventuell auch auf die Knochen verzichten. Obwohl ich glaube ich sogar Knochen herstellen kann mit Juju-Matter. Dann fährt man da mal ein. Ich glaube schon. Boah! So, kommen wir kurz. Ich glaube es doch bestimmt irgendeine Möglichkeit. Und eine? Das war glaube ich sogar noch. Ich glaube es waren zwei. Okay. Es gibt ja nicht so viele Kombinationsmöglichkeiten. Das ist Schnee. Okay. Zweite Position. Mhm. Mhm. Die dritte Position. Mhm. Könnten auch drei gewesen sein. Ich bin mir da gerade unschlüssig. Bestimmt weiß es wieder irgendwer von euch. Nur ich weiß es wieder nicht. Ah, so macht man Wasser. Okay. So. Okay. So. Okay. Sandstein? Okay. 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 Tja. Ich würde sagen. Nee. Gras. Cool. Das finde ich ja klasse. Tja. Das wird so nix. Aber da kann ich ja im Notfall nochmal nachgucken. Ist jetzt auch erstmal nicht so wild. Also wie gesagt. Wir werden uns auf jeden Fall ein bisschen mit den Bienchen beschäftigen. So ein bisschen Wachs herstellen und schleudern und einen Carpenter bauen und so. Mal einfach ein bisschen Forestry Konzentration. Ich hoffe ihr habt da auch Spaß dran. Also es ist ja auch Technik, klar. Die kann man auch schön einbinden und die kann man auch schön in das Logistikpipesystem mit einbinden. Einfach nur halt um mal ein bisschen was anderes zu machen. Und ja. Das soll es dann eigentlich auch schon fast für diese Folge gewesen sein. Würde ich mal spontan behaupten. Es ist ja schon spät genug. Ich werde das ganze zerrendern. Und wenn es gerendert ist. Erstmal werde ich hier das Zeug reinschmeißen. Tick. Wie schön. Ich pack dir bestimmt hier unten dazu. Auch wenn er das hier reinpackt verstehe ich sowieso nicht. Aber gut. Doch. Ich pack das hier rein. Hatte ich das nicht? Ach nee. Ich hatte es immer noch nicht zugeordnet. Aber ist auch egal. Wir fordern jetzt gleich mal noch eine Runde an. Damit es spaßig wird. So wie ich hier kommt. Gib mir mal. Bitte zwei Stück davon. Oh. Okay. Eins. Oh. Ist er das eigentlich per Zufallssystem? Oder mischt er das wirklich? Hm. Ich glaube er mischt das immer. Und dadurch, dass wir momentan absolut keine Seeds haben. Aber Weizen haben wir ohne Ende jetzt noch. Naja. Ohne Ende ist auch was anderes. Definitiv was anderes. Ich könnte mir auch vorstellen. Aber ne. Zweierhöhe funktioniert. Also eigentlich müsste er jetzt hier vorne wesentlich schneller abbauen. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Würde ich sagen. Also. Ich wünsche euch. Oh shit. Ich hab grad was vergessen. Ich muss mir noch schnell einen Diamanten herstellen. Und das möchte ich nicht machen, wenn ich offscreen bin. Also machen wir es jetzt schnell. Äh. 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 Ja. Ich bin noch nicht ganz fit. Ich bin noch nicht ganz fit. So. Und jetzt aber. Weil wenn wir jetzt nämlich keinen Diamanten herstellen, weißt du ja nicht wohin wir mit den Diamanten. Und dann ist nachher die Fortroute voll und dann packt das irgendwo hin. Und dann hat er gesagt. Ah. Ne. Ne. Gucken wir hier nochmal schnell nach. Papier. Und. Zinn. Wann bist du denn hier drin? Und Appetite? Achso. Ich hab auch den Partit hier komplett daraus genommen. Naja. So. Zinn. Kupfer. Steine. Sklöp schmeißen wir gleich noch mal rein. So. Kommst du jetzt erstmal weg. Schick. Und du kommst weg. Wollen wir hoffen, dass er genug Platz unten irgendwo hat. Und. Hab ich den Sklöp jetzt nicht? Ja. Sklöp kommt jetzt hier rein. Klack. Sehr schön. Mach uns mehr Juju Meter. Ja. Und es läuft hier. Perfekt. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Eine schöne Nacht. Einen schönen Morgen. Was auch immer. Habt Spaß. Und. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.